Servus und willkommen zurück zu einem neuen Starz-Galaxy-Firures-Video, heute mit einem neuen Wochenend-Talk für Kalenderwoche 11. Jetzt bin ich gerade froh, dass die App doch noch gestartet hat, sonst hätte ich wieder keinen Wochenend-Talk machen können. Hatte gerade irgendwie Schwierigkeiten, ich habe jetzt den PC nochmal hochgefahren, jetzt läuft es einigermaßen, ich hoffe, das bleibt auch so. Ansonsten habe ich nie Probleme gehabt mit dem Nox Player, als ich habe da irgendwie nie irgendwelche Abstürze gehabt. Insofern, ich für meinen Teil kann ihn eigentlich empfehlen, soll keine Werbung sein, aber die meisten gehen ja auf BlueStacks. Und da habe ich eben an der einen oder anderen Stelle des Öfteren schon gehört, dass der Abstürz und der Nox Player macht es halt in dem Fall nicht, also relativ stabil. Genau, dann kürzes Thema zur nächsten Eroberung, Event startet ja morgen Abend, Montagabend und ich habe mir da ein paar Teams vorbereitet. Die scheint von den Aufgaben her gut machbar zu sein. Ich glaube, ich muss nur eine weglassen wegen Bosnas und die restlichen Aufgaben sind gut machbar. Also, ich sehe da keine Schwierigkeiten. Ich hoffe, das geht euch ähnlich. Ein Tag, fünf Stunden, denn ich muss mich natürlich behalten, um ganz, 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 ganz schnell in Sektor 4 zu kommen. Und weswegen? Natürlich wegen dem neuen Datokonzept. Ganz klar, werdet ihr es wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Ich überlege mir gerade auch, ob ich das vielleicht sogar kaufe und schon anfange. Wobei mir eben hier MK2 fehlt. Also, das müsste ich irgendwie anderweitig kaufen. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich denke, ich bleibe geduldig, spiele dann eben am Morgenabend relativ schnell den Sektor 1 durch und werde da einfach ein paar freischalten. Weil ihr werdet es auch schon gesehen haben, die Charakter auf Stufe 9 sind von den Fähigkeiten ja übertrieben stark. Also, ich werde Finn brauchen, ich werde die Sif-Attentäterin brauchen, ich werde Trench brauchen, den Spion vielleicht außen vor lassen. Kit Fisto will ich eigentlich auch haben. Ich finde das auch nicht schlecht von den Fähigkeiten her. Ihn habe ich allerdings noch nicht aufgeregt. Da muss ich mir überlegen, ob das vielleicht mein kurzes Zwischenziel wird. Denn die Gungens sind bei mir eh noch nicht so weit, um sie irgendwie auf G13 zu bringen, logischerweise. Die sind bei mir ja nur auf vier Sternen oder so ähnlich. Kann man gleich mal drüber schauen. Aber das ist auf jeden Fall auch so ein Thema, wo ich einfach gerade mit mir hadere, ob ich das nicht eventuell doch angehen wollen würde. Klar, Kit Fisto braucht man auch in der Territorial-Schlacht. Allerdings ist gerade die Phase 1 der Territorial-Schlacht so einfach für Größere gilt. Zumindest, dass Kit Fisto da nicht gebraucht wird, ist ja auch keine Special-Müssen. Ja, aber man sucht sich ja hier und da vielleicht auch kleine eigene Ziele. Und das wäre zumindest etwas, wo ich es gerne nochmal vielleicht umsetzen wollen würde. Also wie gesagt, Kit Fisto ist eine Überlegung wert. Der Rest brauche ich alles. Spion habe ich sogar oft Relikt, aber nur R1 wäre nächstes Thema. Wobei das Level 9 jetzt, ja, sich von den Fähigkeiten her und beziehungsweise auch von dem, was der Text an sich aussagt, eigentlich Grenzen hält. Also 20% Regeneration ist zwar schön und gut. Aber meine Geos sind noch nicht so weit, dass ich ihn vollumfänglich nutzen könnte. Also bin ich mir da gerade ein bisschen unsicher. Ob ich ihn vielleicht auch angehe. Es ist ein 14 Level 9 Datacons. Wenn ich ihn weglasse und die Step-Anheit weglasse, dann brauche ich immer noch 12 Level 9. Machbar, aber ist natürlich Heidenarbeit. Weil ich natürlich klar, gerade wenn die Conquest jetzt im ersten Monat einmal kommt, dann werde ich nicht alles schaffen. Das heißt, ich muss hoffen. Ich muss hoffen, dass ich so schnell wie möglich, sagen wir mal, zumindest 2, 3 bekommen, die relativ wichtig sind. Unter anderem natürlich hier Ray. Ganz klar übertrieben stark. Sie regeneriert natürlich wieder komplett. Allerdings hat sich ja so ein bisschen der neue Konto gegen Ray etabliert in der Grand Arena um Malikos herum. Und der verhindert wieder Belebung. Insofern sollte das eigentlich für die Grand Arena kein Problem sein. Im TV sieht es wiederum anders aus. Aber man geht so sukzessive von SK als Ray-Konto weg und nimmt dafür irgendwie gefühlt immer neuestens. Zumindest Malikos finde ich relativ sicher, weil auch alle 5 überleben. Bei SK hat man immer ab und an mal auch hier und da den Verlust. Man kann komplett verlieren. Das ist immer so ein bisschen die Frage, was man da gerne verwenden will. SK kann man ja immer noch ganz gut für andere Teams benutzen. Auf jeden Fall Konto, ja, habe ich auf R8. Benutze ich aktuell immer gerne mit Darth Bane, über den wir auch gleich nochmal sprechen werden. Weil meine Sith-Attentäterin auch nur R8 ist. Also ich habe da immer so ein bisschen die Wahl, wie ich da nehmen will. Ich nehme nicht Darth Talon, weil Darth Talon bei mir eben nur R5 ist. Und je höher die Reliktstufe, je mehr Bonis hat eben Darth Bane auch. Wenn dann der andere Sith stirbt. Deswegen nimmt man da logischerweise immer einen, der die höchste Reliktstufe hat. Und ja, Count Dooku liegt bei mir einfach des Öfteren rum. Deswegen habe ich den jetzt in den letzten Grand Arena Kämpfen immer genommen. Ist ja auch vom Grundprinzip her egal, wen er daneben steht. Darth Bane will ja einfach nur, dass der drauf geht. Kriegt die Boni und macht den Kampf dann ein Stück weit alleine. Und die Sith-Attentäterin geht ja auch drauf. Und die Sith-Attentäterin finde ich auch als Sith-Imperium recht geschickt. Weil man sie irgendwie als guten Plug-and-Play-Charakter überall gerne hier und da einsetzt. Also mal unter Treya, mal neben O-Savage, mal zu Darth Revan. Also man kann die Sith-Attentäterin eigentlich ganz gut einsetzen. Count Dooku benutze ich persönlich nur unter Trench. Ansonsten hat er bei mir eigentlich nicht wirklich viel zu tun in der Grand Arena. Obwohl er erachtet ist. Es ist schade eigentlich beim Charakter, der er erachtet ist, nicht irgendwie einzusetzen. Aber auch hier eine Sache wieder natürlich. Der braucht nicht zwingend Trench, um zu funktionieren. Schutz- bzw. Schutzregeneration kriegt er von seiner Tarnungsfähigkeit. Insofern, mal gucken, ob ich das irgendwie anders noch einsetzen möchte. Problem ist halt, wenn ich ihn unter Darth Bane einsetze, geht er drauf und kann dadurch seinen Crit-Schaden nicht stacken. Das ist vielleicht ein bisschen unnötig dann. Aber kein Problem. Für ihn wird sich sicherlich hier und da noch ein Platz finden. Aber wenn ich das natürlich habe von Trench, dann brauche ich ihn nicht. Das ist halt auch nur so eine Geschichte. Im 3 und 3 ist halt auf jeden Fall anderes. Aber im 5 von 5 würde ich wahrscheinlich hier auf Trench gehen. Nichtsdestotrotz wäre das zumindest mal eins, das ich am Anfang zumindest mal außen vorlassen könnte. Also Trench ist hier wesentlich wichtiger. Kia Di Mundi, klar, will ich auch haben. Wobei das jetzt von den Fähigkeiten her sich auch ein bisschen in Grenzen setzt. Das ist jetzt kein Must-Have, finde ich. Schön zu haben, aber nicht zwingend erforderlich. Ray, da brauchen wir nicht drüber reden. Sehr, sehr stark und ist eigentlich, sollte das Ziel Nummer 1 sein für jeden da draußen, der zumindest Ray besitzt. Mace Windu willst du auch haben. Klar, vom Text her, man sieht es ja, ist jetzt auch nicht super, super stark. Kennen wir eben dieser Rückschaden, der zurückgeworfen wird durch den Tank. Ja, nett, aber nicht zwingend. Das ist schon mal eine ganz andere Geschichte. Ich denke mal, überlegt sie natürlich, will man sie dann wieder unter Ray einsetzen, um das irgendwie ein bisschen hier auch mit dem Ben Solo irgendwie zu verbinden. Allerdings spiele ich Ray einfach nicht konstant nur mit Widerstandsverbündeten. Also das ist so eine Geschichte, wo ich einfach denke, ich glaube, ich verzichte lieber auf den Boni für Ben Solo und stecke Emeline Holdo zu einem kompletten Widerstandsteam. Und Ray behält ihres dann und Emeline Holdo wandert eben, keine Ahnung, zu irgendeinem anderen BB-8-Team. Klar, hier unten gibt es für BB-8 auch nochmal ein schönes Level-9. Allerdings ist das jetzt auch wieder so eine Geschichte, wo ich sagen würde, okay, das ist eher zweite Garde. Emeline Holdo ist eher erste Garde. Also hätte ich die Wahl, müsste ich mich entscheiden. Dann klar ist klar für Emeline Holdo. Garde und Beck ist bei mir noch nicht fertig. Ja, ich habe immer noch keine Bukatan, ich gebe es ganz offen zu. Ich habe nichts gekauft, mich nicht angestrengt, mich nicht beeilt. Ich bin meinem Stiefel treu geblieben und habe das einfach so runtergespielt, wie ich es immer mache. Das heißt, ihn werde ich natürlich trotzdem angehen. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr starkes Level-9-Datakon. Und das heißt, ich hoffe, dass ich ihn einfach in einem Monat haben werde. Und dann kann ich das auch entsprechend nutzen. Das passt dann schon. Also wird aufgehen. BB-8 werde ich auch mal so eher die zweite Reihe setzen, weil das nice to have ist, aber nicht wenig erforderlich. Und das hier ist übertrieben stark. Ihr werdet es sicherlich schon gehört haben, gelesen haben, eventuell so gesehen haben in diversen YouTube-Videos. Übertrieben stark, vielleicht zu stark. Hier haben sie wieder viel zu viele Betriebe. Wenn man sich das mal anguckt, hier ein Satz und hier x Sätze, verstehe ich teilweise nicht. Gut, wir haben ihn auf Relikt. Insofern werde ich das natürlich auch anvisieren. Das ist auch ein Must-Have. Genauso wie das da auf Bane unten, das Emeline Holdo oder das Ray-Datakon. Also das sind so die vier, die man auf jeden Fall angehen sollte. Ihn werde ich jetzt aber nicht irgendwie auf R9 setzen, bloß weil er eine galaktische Legende besiegen kann mit diesem Datakon. Das werde ich nicht machen. R8 werde ich mir vielleicht überlegen. Er hat auch noch nicht sein Omikron. Auch das wäre für den TW, glaube ich, war das eine Überlegung wert. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es machen werde. Auf jeden Fall ein Must-Have. Das will ich natürlich auch haben, weil ich ihn jetzt habe. Er ist gerade, glaube ich, zum Beispiel. Ich glaube, das Event ist aktuell. Wer ihn noch nicht hat, wichtiger Charakter. Und Darth Bane, brauchen wir nicht darüber reden. Logisch, der wird auf jeden Fall geholt werden. Er bekommt ja einen Sith-Truppler in den Verbündeten-Slot. Darth Bane ist klar. Darth Sidious ist klar. Emeline Holdo ist klar. Ray ist klar. Das sind erstmal die vier, die absolut super, super wichtig sind. Der Rest ist nice to have. So Finn werde ich angehen. Klar, haben wir schon gerade gesagt. Und dann geben wir die zwei, drei, die man außen vor lassen muss. Ich hoffe also, das sind eins, zwei für die dunkle Seite und zwei für die helle Seite, die absolute Licht sind. Den Rest ist dann eher mal hinterher. Und bei Level 3 ist es noch einfacher. Einfach immer auf dieses mittlere gehen. 15% Angriff, 20% Tempo. Die restlichen sind nicht wirklich ganz so stark. Klar, gibt es immer so ein paar Konstellationen, die recht nützlich sind für das eine oder andere Team. Auch dies mit einem Protection Up am Anfang ist ganz, ganz stark. Für Jedis zum Beispiel. Aber es ist nicht so übelst zwingend erforderlich. Was ich mir noch überlegen muss, ist eventuell eins für das Huttenkartell. Da muss ich mir vielleicht noch eins überlegen, was ich aufbaue. Aber ich habe allerdings noch keins gekauft. Jetzt habe ich mir noch überlegen, ob ich da... Ne, ich werde es nicht machen. Ich denke, diesen einen Tag werde ich schon noch schlafen. 23 Millionen habe ich mir schon rausgeholt aus den alten. 4,70 habe ich hier. 2,50. Das hole ich im Moment immer, weil ich eben gucken will, dass ich immer die bestimmten Level 3s auf jeden Fall habe. Und Störung Typ 2 habe ich jetzt nicht wirklich gekauft, weil es mir einfach ein Stück weit zu teuer ist. Ja, 40 Stück angespart. Ja, kaufe ich immer. Habe ich noch 1.200. Und ich hoffe, das kommt bald wieder am Nix geholt. Aber wenn wir gerade dabei sind, können wir auch kurz durchgehen. Dann ist es vorbei. Dann ist es auf jeden Fall mal Geschichte hier. Das muss ich holen, weil ich hier unten, ihr seht hier noch, Kira aufbauen will. Hat es auch der Young Lando. Ja, genau. Die beiden habe ich eben noch nicht aufgebaut für die Phase 1 Special Mission in der Tütorialschlacht. Da will ich mich auch in Zukunft beteiligen. Da will ich mich auch in Zukunft beteiligen. Deswegen muss ich da auch mal ran klotzen. Das holen. Verstärker holen wir. Unter Guild Niveau 1 Mikro Dämpfer habe ich wieder ein paar. Ja, wird Zeit, dass ich mal meinen Anführer der Tuskens ein bisschen vom Speed her upgrade. Der ist momentan nur 330 schnell und den wollte ich schon immer mal ein bisschen schneller haben. Deswegen, das wird so ein Thema, wo ich meine Mikro Dämpfer mal investieren werde. Okay, keine Mods. Schade. Dadurch, dadurch. Da sind wir eigentlich auch schon fertig. Dann haben wir eigentlich alles. Genau, das holen wir. Wo wir es momentan gar nicht so dringend bräuchten. Und dann hat sich man natürlich von den Reliktstufen bei einzelnen Charakteren einiges getan. Ich habe ganz gut upgrade und habe jetzt natürlich wieder ein bisschen Nachholbedarf bei Zinnbiddle und so weiter und so fort. Aber ich habe ja noch 4,6 übrig. Raid ist bei uns gerade gestartet. Muss ich mich also demnächst wieder hinsetzen und ein bisschen Speeder Bike spielen. Das war, glaube ich, auch eine Sache, die ich brauchen muss. Ja. Dann hole ich das. Das ist zumindest ein guter Invest, weil ich es sowieso benötige. Okay, hier unten noch ganz kurz. Ich muss wieder auf 13,3 runter. Deswegen, ich hole ja alles, was drin ist, damit ich auf 13,3 komme bei MK1. In irgendwelche Materialien, die ich auf jeden Fall brauche. Das ist ja fast schon fertig. Kit Fisto, genau. Das Thema hatten wir vorhin. Muss ich mir echt gut überlegen, ob ich da meine Ressourcen investiere. Nur wegen dem Batacron. Aber es ist halt sehr, sehr stark. Das holen wir. Müssen wir auch gleich ein paar umwandeln. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus. Da haben wir nichts mehr. Da haben wir nichts mehr. 3,7. Ja. Was sieht denn aus? Wo war denn das nochmal? Hier. Gilden Events. 3,7. 17,4. Ja. Ich kriege die 17 gar nicht runter, nur mit den Mikrodämpfern. Und diese Zweifel, Teil 1, 2, finde ich zu teuer. Also wenn ich wieder an die Grenze komme, dass ich wieder was reinbekomme durch irgendein Event, dann werde ich wahrscheinlich so wie immer einmal pro Monat dieses Omikron kaufen. Damit ich da einfach nicht überlappe. 40. Ja. Ist doch gar nicht so schlecht. So. Reiseführer. Kurzer Blick drüber. Wie sieht es bei mir aus? Ich habe jetzt die restlichen Charaktere eigentlich alle fertig. Passwissler. Ich gehe 12. Und bam. Auch schon R7 jetzt gezogen. Habe mir ein bisschen wehgetan. Weil es ist, glaube ich, schneller als mein Cabane. All vom Schiff her natürlich. Sollte ich eventuell erwähnen. Genau, ich habe vielleicht hier und da schon mal erzählt, dass ich einfach das Cabane-Schiff schneller, besser finde, als wenn Bam und sein Schiff schneller ist. Aber es ist auch so eine gewisse Einstellungssache. Okay. Kellerman Back. Also 40 von 160 sind jetzt noch offen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Ankündigung kommen würde, dass jetzt die Bo-Katan irgendwie nächste Woche kommt, dann würde ich kaufen. Aber so mache ich es noch nicht. Ich nutze ihn ja auch noch nicht, kein Omikron. Keine Veränderung bei den Mods. Und so finde ich, da liegt der irgendwie noch irgendwo rum. Aber ich habe IG-12 Mod-technisch auch noch nicht verändert. Der Charakter ist von der Geschwindigkeit auch noch zu langsam. Aber wenn wir gerade dabei sind, können wir ganz kurz mal reingucken. Datacons übrigens habe ich hier schon ganz gut was abgebaut. Einfach, weil ich wusste, die unteren paar, die benutze ich einfach weniger. Ich habe jetzt noch die wichtigsten da. Huttenkartell. Das mit der Rüstungsdurchdringung für Jedi Master Kenobi und meine Tusken. So als auch mein Afra-Kron. Damit ich da einfach relativ früh auch anfangen kann, zu reinvestieren. Und dann schwappe ich nicht drüber. Ich bin jetzt bei 23 Millionen. Ich habe noch 7 Millionen Reserve. Das wird jetzt schon gar nicht aufgehen. Wie gesagt, heute Morgen Abend geht es los mit der Conquest. Dann muss ich gucken, dass ich das eben sukzessive wieder reinvestiere, damit da einfach nichts drüber geht. Okay, Trupps vielleicht ganz kurz hier mal reinschauen. Und zwar Conquest. Ich habe ein paar vorbereitet. Für mich zumindest persönlich. Mal gucken, wie weit ich da komme. Vielleicht muss ich hier und da noch ein bisschen was anpassen. Aber ich gucke zumindest, dass ich hier von Anfang an eben Montagabend dann loslegen kann. Da nicht irgendwie nochmal die Aufgaben durchlesen muss. Deswegen habe ich mir da die Arbeit gemacht und mir so ein paar kleine Teams vorbereitet, die einfach mehrere Aufgaben abdecken. Darum geht es ja. Man investiert ein Team, das eben nicht nur die eine Aufgabe absolviert, sondern auch global ein bisschen was mitnimmt. Und so weiter und so fort. Deswegen gucken wir da einfach, dass wir hier ein bisschen was vorbereitet. Zeit spart dann am Ende Montagabend und dann schnelles. Ich meine, ist ja auch klar, ich will die 50er am Anfang und die 100er machen. Und die musst du halt erst am Montagabend relativ schnell bis Mitternacht irgendwie durchkriegen. Deswegen habe ich da nicht die Lust, irgendwie vier Stunden zu spielen, mir noch was zu überlegen. Dann denke ich, vorbereiten ist vielleicht hier das Richtige. Genau. Bis erst fünf runter, das kriegen wir irgendwie dann schon hin. Wie gesagt, die globalen Aufgaben fand ich jetzt auch nicht ganz so schlimm. Volles galaktisches Republik-Team und so weiter. Das war, glaube ich, alles okay. Also, das sollte nicht das Problem sein. Genau, gehen wir da zurück. Wir waren zwar gerade noch bei dem Thema Charaktere, aber ich will ganz mal kurz die Energie verbrauchen, damit die sich wieder hochsammeln kann. Sonst dauert das immer so ewig. Ich will da nichts verschwenden, logischerweise. Dann von den Angeboten her habe ich nicht viel mehr bekommen in den letzten zwei Wochen ungefähr. Ich hatte eigentlich geplant, wieder einmal hier bei den Angeboten was zu kaufen, aber leider kommt gerade nichts Gutes hier. Das wäre eine Überlegung wert, weil die 50 schon eigentlich relativ viel Wert haben. Aber diese 10 und diese 15 sind mir zu wenig. Also, da gibt es schon bessere Angebote, deswegen habe ich es nicht gekauft. Und ja, Leiterplatte brauche ich massiv, deswegen habe ich wahrscheinlich dieses Angebot hier drin. Aber das ist mir natürlich zu viel. Also, das mache ich nicht. Leiterplatten kann man entweder umwandeln mit dem Schrottsammler oder ganz günstig hier über diverse Sto-Einheiten kaufen. Ich denke, da wird irgendwann demnächst wieder was kommen. Das kommt ja meistens am Anfang des Monats. Und dann kann man hier ein bisschen was bei den Leiterplatten nachholen. Geschenk, hat sich irgendwas verändert hier eigentlich? Die Inhalte gar nicht so gut. Also, kann ich nicht ganz verstehen, dass die Entwickler denken, das würde sich rentieren. Nun gut. Also, leider wollen sie meine Kristalle nicht, weil sie mir schlechte Angebote geben. Und ich brauche ein paar Speed-Mods wieder. Es gibt ein paar Charaktere, die haben ganz gute Mods bei mir, aber keine Speed drauf. Also, wenn ich da zum Beispiel an meine Scout-Trupplerin denke, die ich schon Ewigkeiten mal umbauen wollte, aber es noch bis jetzt nicht geschafft habe, dann habe ich bemerkt, ups, da fehlt einfach ein Stück weit mehr Speed-Mods. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Reste Imperium. Fingen sie mal kurz als Beispiel. Die sollte ja schon irgendwie 3.30, 3.40, irgendwie sowas Speed haben. Kannst du auch auf 3.50 bringen, kein Problem. Aber ihr seht hier kein Speed-Set. Das ist fatal. Also, die hat keine schlechten Mods drauf hier. 16, 21, das sind keine schlechten Mods, aber es ist kein Speed-Set. Und dadurch ist sie nur auf 2.99. Und das ist mir zu langsam. Das heißt, die Health-Mods würde ich wegschieben und dafür 4 Speed-Sets reinmachen. Dann dürfen diese Krugesteile auch gern drin sein. Bei kritischen Treffer-Chance hatte ich jetzt nicht wirklich auf sie vorgesehen. Schon mehr auf Faden, auch Zähigkeit war jetzt nicht irgendwie mein primäres Ziel. Aber ich muss halt irgendwo, wo soll ich denn sonst hin tun? Meine Chewys haben schon Zähigkeit auf dem Kreuz. Ich weiß nicht, wo ich denn sonst hinsetzen soll. Ja. Blöd. Irgendwie blöd. Genau, was hatten wir noch verbraucht? Kellen Beck habe ich, glaube ich, gestern Nacht schon auf. Ich bin schon bei der Hunde. Ja, 25, 50 schon gemacht. 40, 100. Ja, es zieht sich gerade wie Kaugummi, aber auch der findet sein Ende. Hat bis jetzt immer geklappt. Und er wird auch diesmal klappen. Und ich brauche aktuell, wir können gleich mal kurz reingucken bei der Grand Arena, bei meinem Status. Ich brauche sie aktuell nicht, Bo-Katan. Also A, habe ich einen starken Darth Bane. Und B, setzt momentan einfach keiner weiter. Wir können mal reinschauen. Fünf. Ich habe allerdings schon heute Morgen einen Kampf gemacht. Rang zwölf, Flotten Arena. Sehr schön. Und Grand Arena, heute Abend bin ich im Finale. Ein paar schöne Kämpfe gehabt. Wir sind bei 3-8-0-6. Ich finde aber, an dieser Stelle muss man das auch mal betonen, ich finde es momentan einfach nicht wirklich schwer, in Kalber 1 zu bleiben, als auch da hoch zu klettern. Kalber 1 hat sich enorm aufgebläht. Es gibt wahnsinnig viele neue Spieler, was eigentlich nicht schlecht ist. Also ein bisschen Abwechslung ist gut. Aber es ist einfach total aufgebläht und jeder hat viel zu viele Teams übrig. Ich glaube, ich weiß nicht, mein Gegner hat glaube ich dasselbe gedacht, wie ich gestern Abend. Was sollen wir eigentlich in die Defense setzen? Also jeder weiß, was er gegen wen einzusetzen hat. Deswegen setzt keiner mehr Lord Vader und keiner setzt mehr Huttenkartell. Es sitzt irgendwie nur noch Rain der Defense und ansonsten irgendwelche Mixed-Teams aufgrund der Datacons. Ansonsten nimmt einfach jeder zu viel mit in die Offense. Also ich hatte gestern Abend glaube ich sogar Gas noch offen. Ich habe fast Mind of Bane vergessen einzusetzen. Das war zu viel. Man hat gerade zu viele Teams offen. Da passt es einfach gerade nicht. Also es wird wirklich Zeit, dass die Grand Arena überarbeiten. Da ein Pep reinbringen. TV muss ganz, ganz dringend überarbeitet werden. TV ist brutal uninteressant. Die Rewards sind total uninteressant. Keiner strengt sich mehr an großartig. Ob du verlierst oder gewinnst, spielt im Grunde keine Rolle mehr. Ich habe noch wahnsinnig viel MK3 übrig vom letzten Dataconset. Weil ich es einfach nicht mehr so eingesehen habe, da irgendwie rum zu rollen. Naja gut, Zeit ist drum. Der Gegner weiß, er kann mich nicht aufhalten. Defense-seitig, ich weiß, ich kann den Gegner nicht aufhalten. Defense-seitig, also was willst du reinsetzen? Rebellen werden überrannt. Jede galaktische Legende wird überrannt. Es gibt keine Grenze mehr. Darth Bane haut alles weg. Und Bukatano jetzt das neue Ray-Data-Gron. Das wird alles so unaufhaltsam werden. Und ich weiß nicht, ob er mir dazu stimmt. Aber man kann halt einfach nichts mehr machen in der Defense. Also du kannst sie nicht aufhalten. Selbst wenn ich alle galaktischen Legenden in die Defense setze, kommt mein Gegner trotzdem durch. Naja, gut. So wie man sehen kann, hier unten ist schon der Button wieder für den Raid. Ich habe heute noch nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen möchte. Vielleicht mache ich das morgen erst. Das stört mich gerade so ein bisschen. Schiffe, Energie. IG-12 ist fertig. Dann hol mal einfach wieder hier so ein bisschen. Medipacks. Wo bin ich denn da gerade? 52. Kira. Habe ich da irgendwas schon ausgebaut? Ne, habe ich noch nicht. Ich brauche sie halt eigentlich nicht. Das ist so ein Charakter, den soll ich ausbauen für die Territorialschlag, weil wegen der Special Mission. Aber ich brauche den Charakter im Grunde genommen nie. Irgendwie stört es mich. Ich hatte gerade irgendwie eher Lust, meine Ressourcen irgendwie anderweitig zu investieren. Vielleicht Kit Fisto. Wir hatten das Thema ja vorhin ganz kurz. Aber Power habe ich jetzt letzte Woche erst reliktet, weil ich ihn einfach gerne einsetze. Grand Arena, Defense, Wampers, sicheres Mon-Mod-Mod-Team. Wenn man denn Mon-Mod-Mod überhaupt eine Defense setzen möchte, offensiv gegen Leia ja möglich, aber alle machen es irgendwie Bigs-DC sicher. Und deswegen klappt es oftmals einfach nicht und ist dann auch teilweise zu riskant, weil Grand Arena, ich hatte es vorhin gesagt, aufhalten kannst du den Gegner eh nicht. Es geht nur noch darum, wie viel Banner der ein oder andere liegen lässt. Also es ist alles nur noch Effizienz, was sich dort abspielt. Aber ich wollte ihn eh irgendwann mal upgraden, relikten. Und ich habe meinen jetzt auf Speed, ich habe ihn nicht. Ich weiß, der kriegt Zugleiste, dennoch habe ich ihn auf Speed, weil ich einfach will, dass der früh anfängt mit Offens-Up und seiner ganzen Geschichte. Und da werde ich nicht so lange warten, bis das zieht, die Zugleiste. Ich habe irgendwie nicht so ganz so Lust. Und ich finde irgendwie auch vom Damage her, er ist jetzt nicht der übertriebene Killer vom Schaden her. 3-6 Special, hier 5-5 im physischen. Ähm, na, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich kenne ja viele, die den auf Schaden haben. Ich habe ihn jetzt auf Speed. Vielleicht ändere ich da auch nochmal was. Aber eine andere Geschichte, auf die ich noch eingehen wollte. Hier oben habe ich, glaube ich, gar nichts mehr gemacht, glaube ich. Ja, ich bedauere immer noch, dass ich hier das Omicron nicht vergeben habe. Ich glaube, ich schaue es mir jeden Tag an. Muss ich irgendwann vergeben. Das ist einfach echt stark. Jetzt momentan natürlich noch stärker. Aber das ist kein schlechtes Omicron. Mich reizt es sehr. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Auch hier noch keine ähm, Mods aufgewertet. Wo stehe ich eigentlich gerade hier? 500.000, da könnte ich ein bisschen was tun, gell? Zweifach. Wenn ich sowas sehe, denke ich immer an das Kalibrieren. Naja, mal schauen, ob ich den jetzt irgendwann noch mod-technisch bzw. Omicron-seitig noch angehen werde. Weil gerade mit diesem Omicron hält er schon einige auf. Ohne Omicron ist das Team einfach ein bisschen zu schwach. Hatte ich so den Eindruck. Dann hier Scout wollte ich auch mal hochziehen. Weil ich ihn einfach auch brauche. Hier unter hält er die Waffe nicht. Okay. Da ist ein Luftloch, oder? Genau. Ihn habe ich jetzt zum Beispiel nicht auf Speed, sondern nur Schaden, weil er ja da immer gerufen wird. Und dann über den Basiker Flugleiste generiert. So. Was gab es sonst noch für Veränderungen? Ja, ich habe jetzt einen R9, Imperator der Siv-Ewigen. Wollte ich ihn immer machen, weil ich ihn ja auch gegen heikle galaktische Legenden einsetze. Also ich bin immer noch jemand, der ihn zum Beispiel gerne auch mal gegen Jedi Master Kenobi einsetzt. Klappt bei mir eigentlich auch ganz gut. Und R90 hat die ganze Sache einfach auch ein Stück weit ab. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob er jetzt irgendwie großartig mehr an Health bekommen hat, weil mir das nicht so wichtig war. Ich wollte ihn einfach von der Meisterschaft her hochziehen. Wir können mal kurz reingucken, ob sich da irgendwas verändert hat. 198? Nee, ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, ich hatte irgendwas davor schon knapp unter 200.000 und jetzt sind es immer noch knapp unter 200.000. Das passt schon. Ich hatte ihn, glaube ich, in der ersten Grand Arena Runde eingesetzt gegen Jedi Master Kenobi, weil ich da Lust drauf hatte. Dann klar, Darth Bane ist bei mir auch schon soweit. Ich habe beide Omikrons vergeben, das dritte noch nicht. Ich habe es mir auch mal kurz, kurz überlegt. Aber da ich ihn ohne den Imperator der Sith ewigen einsetze, weiß ich nicht, ob ich das wirklich brauche. Meine Sith für uns ist natürlich immer gut, aber ich weiß noch nicht so richtig. Mal überlegen. Momentan bin ich zu knapp dran bei den Zifons. Von den Werten her sieht es bei mir aktuell so aus. Ich bin bei 131 und 95. 267 Tempo. Aber mit R9 ist das nicht so wirklich das Thema, also Abgangszeiten, Höhen. Thema, Darth Bane wird ja viel gesprochen darüber, wird auch spekuliert, ob die Entwickler bei ihm was machen, weil er einfach ein bisschen zu overpowered ist momentan. Ich hatte, am Anfang hatte ich noch überlegt, ja, er kann zu viel, er macht zu viel, er ist zu stark. Mittlerweile bin ich so ein bisschen umgeschwenkt, weil ich von den Entwicklern einfach nichts höre. Ich habe gedacht, dass irgendwann mal ein Text kommt, gerade in der innerhalb der ersten Woche, dass irgendwie was kommt mit, wir schauen uns die Interaktion mit Darth Bane mal genauer an, aber da kam keine Reaktion. Und die haben das mitbekommen, zu 100%. Und es kommt nichts von denen. Deswegen denke ich eher, dass sie nichts machen werden. Also ich bin da so ein bisschen der Meinung, dass das so bleibt, wie es sein soll. Eine sehr, sehr starke Conquest-Einheit wird ja irgendwann jeder haben und der kann ja im Grunde genommen jeden angreifen, also brutal. Selbst leer. Und viele haben ja spekuliert aufgrund der Tatsache, dass er leer angreifen kann und besiegen kann, dass sie ihn deshalb schwächen werden. Aber ich glaube es nicht mehr. Ich glaube sie lassen Darth Bane, so wie er ist. Genau, deswegen ist er auch eher 9, weil er halt so ein bisschen der Mann, was grobe ist. Immer wenn es eng wird irgendwo, den kannst du immer irgendwo reinschmeißen. Ich glaube, er hat nur gegen Ketten ein Problem mit Jedi Master Kenobi. Ansonsten ist er eine sichere Sache und kann eigentlich fast jeden angreifen da draußen. Ansonsten habe ich glaube ich nichts mehr gemacht. Klar, hier so BAM auf, R7, das habe ich noch gemacht, aber ansonsten war jetzt da erstmal nicht mehr so viel zu tun. Für mich zumindest. ist auch nichts mehr investiert bei den Kollegen für den Speeder Raid, weil wir ja den neuen Raid bald bekommen. Jetzt warten wir mal ab, wann der neue Planet kommt. Für der neue Planet Mandalore, für die Territorialschlacht und der Raid wird dann wahrscheinlich im Sommer kommen oder so. Genau, und bis wir die Gungens dann irgendwie mal fertig haben. Das dauert ja auch noch ein bisschen. Ich habe dieselbe Strategie übrigens angewendet, wie auch bei Bosnars. Also der ist glaube ich auch Vierstern. Ich glaube, da hat sich nicht viel getan. Genau, Bosnars Vierstern. Genauso habe ich es auch bei dem neuen Gungens hier gemacht. Der ist glaube ich ein Angreifer. Genau, ich hatte mich noch gefreut über den Tank. Hatte gedacht, vielleicht kriegen wir den Tank als erstes, weil der mich am meisten interessiert, so ein bisschen von den Fähigkeiten her. Aber jetzt haben wir halt erstmal Tarpals bekommen und passt ja. Ist ja okay. Ihr seht hier 49, also hier habe ich keinen Tag verpasst. Ich glaube, ich glaube, fünf pro Tag haben wir bekommen. Dann müsste ich eigentlich fast zwei Tage verpasst haben, weil Bosnars ist bei 39. Aber ist nicht das Thema. Also die zehn Spitter werden mich jetzt nicht aufhalten. Vierstern ist mal ganz gut. Als Anfangs Ausgangssituation. Stepanheit, ja, er reizt mich auch noch. Da muss ich aber noch gucken, dass ich die brutalsten Speedmods hinbekomme für ihn. Ich hoffe, das kriege ich hin. Der muss wahnsinnig schnell werden. Richtig wahnsinnig schnell. Und dann rollt es mit Grievous. Dann wird es echt eine Macht werden. Ich bin gespannt, wen wir damit angreifen können. Und natürlich ist immer noch die Frage so ein bisschen, wen soll die Stepanheit denn angreifen? Das ist die Queen Amidala. Die passt ja auch zu der Schlacht auf Naboo. Keine Frage. Ja, das sind die Gungens. Also ich weiß noch nicht ganz genau, was sich die Entwickler überlegt haben. Welche Fraktion entgegen, welche Fraktion antreten soll, wo hier das Gleichgewicht herrscht. Für mich ist halt die neue Conquest-Einheit, wobei man sagen muss, die Conquest-Einheiten werden ja immer stärker. Also man muss sich mal Malikos angucken, Bane, die sind brutal stark geworden. Auch bei Königin Amidala. Hoffe ich, dass sie uns nicht enttäuscht. Allerdings, wir wissen ja, dass jetzt zwei neue Jedis bekommen. Wir kriegen ja diesen Meister Qui-Gon Jinn und den Padawan Obi-Wan, was ich nicht erwartet hätte. Also ich dachte schon, ein neuer Kenobi, aber ein Meister Qui-Gon Jinn hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz bekommen wir auf jeden Fall die beiden und dann bekommen wir noch zwei Leibwächter oder Truppen aus ihrer Armee. Sprich, dann haben wir die fünf Leute schon und mit ihrer Köde-Einheit, die ja so ein bisschen ist wie Blutalpha ein Stück weit, die Dauer provoziert, und die man rausnehmen muss. Dann haben wir da sechs Leute auf dem Kampf, auf dem Schlachtfeld und dann bin ich mal gespannt, gegen wen sie antreten wird. Es ist immer so eine Frage. Ich werde die anderen vier Einheiten nicht haben. Kann ich sie auch ohne die vier Einheiten bei der Galaktischen Republik irgendwie irgendwo einsetzen? Sie darf gerne die Anführerin bleiben, wobei wir noch eine zweite Part mehr haben. Vielleicht können wir da auch mit Moff Gideon etwas zusammenbauen, wobei den natürlich wir ungern von dem Dark Troopler Moff Gideon wegnehmen wollen. Und wenn die Kombination Padme und Moff Gideon nicht mehr klappt, dann könnten wir die andere Padme ja hier noch zu stecken. Außer sie ist bei den meisten immer noch bei Jedi Master Kenobi. Und das sieht man auch schon hier auf Stufe sieben. Wir können natürlich auch Stufe acht angucken. Es heißt darum, aber wenn wir das Omicron vergeben, dann bekommen wir von Anfang an den Köder. Das heißt, wir müssen ihnen den Köder nicht erst rufen durch eine Spezialfähigkeit, sondern der Köder wird von Anfang an da sein. Das heißt, zwangsläufig, die meisten werden natürlich das Omicron hier vergeben, weil es natürlich ein brutaler Vorteil ist, wenn er von Anfang an ähnlich wie bei Brutalpha ein Köder da ist, der provoziert und alles auf sich zieht, nicht mit Buffs belegt werden kann, etc. Aber es dürfen keine galaktischen Legenden da sein. Das heißt, Jedi Master Kenobi fällt raus und keine Schurken. Wir können mal ganz kurz rüber gehen und schauen, Galaktische Republik, wer denn hier alles ein Schurke ist. Was natürlich auffällt ist, dass jetzt Lumi wahrscheinlich ein Zuhause gefunden hat, weil sie auch viel mit Heilung über Zeit arbeitet. Und das kommt natürlich wieder mit dem Kit von Amidala zugute. Wobei, wie gesagt, wir werden die fünf Leute haben am Ende des Tages, am Ende der etlichen Monate für eine Free-to-Play um Königin Amidala herum. Das heißt, wir müssen uns gar keine Gedanken machen, ob wir jetzt eine Luminare Undoli brauchen oder einen Jedi-Konsul. Nein. Sie wird ja ihre Leute sowieso haben, dass die Fraktion, ihr Team wird auf jeden Fall feststehen. Auf dem Basic bringt sie, glaube ich, schon Regeneration mit sich. Das heißt, sie wäre vielleicht, solange ich die anderen vier Leute noch nicht habe, für ihr eigenes Team unter Jedi-Master-Kenobi einsetzbar. Da ist, dass natürlich einiges da nicht funktioniert, weil er eine galaktische Legende der Hellen-Seite dabei ist. Aber ich kann sie ein Stück weit ja noch nicht anderweitig einsetzen. Mal gucken, was sich da noch etabliert. Vielleicht nimmt man dann auch ihr Luminare Undoli ins Team und setzt die sogar als Anführerin ein. Dann muss sie eben den Köder ziehen über ihre Spezialfähigkeit, was ja auch möglich ist. Also mal gucken. Da bin ich sehr gespannt. Arbeitet viel mit Regeneration, mit ihrer Köderin und brauchen natürlich um sich herum natürlich relativ starke Angreifer. Sie ist eine Supporterin. Ich glaube nicht, dass sie den großen Schaden machen wird. Insofern setze ich mal, dass die beiden kommenden Jedis starke Angreifer werden und die dann auch entsprechenden Schaden übernehmen. Interessant. Okay. Ich denke, ich habe alles angesprochen. Wir sollten jetzt erst mal gucken, dass der neue Planet kommt für die Territorialschlacht Mandalore. Ich muss natürlich gucken, dass ich Bukatan bis dahin habe, damit ich da auch mitspielen kann. Die Ganges freuen sich noch drei weiterer. Dann ist die Fraktion endlich auch mal fertig, in Anführungszeichen, zumindest für die Wale. Für mich dauert es eher noch heftig lange. Ich weiß gar nicht, ob ich Bosnas irgendwie auch anderweitig in den Hintergrund setze. Der wird natürlich der Erste sein, den ich fertig bekomme, dann zwangsläufig. Und ja, Queen Amidala, wie gesagt, ist auch so ein Charakter, der für mich erstmal in den Hintergrund gerät. Irgendwie als Supporterin im Hintergrund darf sie ihr Ding durchziehen. Mit ihrem Köder ein bisschen spielen und dann mal schauen, was sich da noch so ergibt. Okay, dann war es es von meiner Seite. Wir sehen beziehungsweise hören uns bald wieder. Euch noch einen schönen Sonntag. Servus.